Also wir sind ja direkt in der Vorbereitungsphase kurz vor dem Start. In zehn Minuten ist Stadtaufstellung. Petra, hier ist Wind da. Wir begrüßen unsere Gäste, Tante Petra. Wir begrüßen Opa Atze, ein Urgestein des deutschen Radsportes und natürlich die Hilde vom Uhu. Ja, der Elitefahrer hat keinen Tag über den Kopf. Er kann sich das leider nicht leisten. Das nennt man Scheißwetter. Herr Piki, ich muss jetzt noch Bürste mit reinnehmen. Bei schlechtem Wetter die Leute noch reinschicken. Oh, Krize! 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 Ich spiel doch heute! Krize! 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 Sehr schön! Krize! 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 Oh! Krize! Krize! 完全! wir begrüßen dir in der heimat alles gut bei uns im erzgebirge ist es ich hab das pedal sauber gemacht das klappt ja bei uns wie am schnirschen hier auch wo ich rückwärts runtergerutscht bin ich entscheide das nicht das schneidet das ist ein sogenannter weich und dreck der weiche dreck ich komme noch mal her mit endrotten also nicht weggeben die pistole das ist ein fremdprodukt was hast du für steckachsen drin 10 mm oder 12 mm auch mit gewinnen bei hans ich muss mein fahrrad hin mein fahrrad haben sie aufgegeben ja ach ne gucke krise schön dass ich mich kennenlernen ich hab mich immer so gehört mit meinen schungs zusammen oh weil du nicht daheim bist wenn ich da bin blühende lehm ihr schädigt den staat richtig ja ich gehöre dahin krise ja ich ich das ich du in du